Kids Aktiv Bunte Spielelandschaften mit Turngeräten, Kletterparadies am Actioncenter und Toben bis zum Umfallen beim Kids Aktiv des Sportclubs Siemensstadt kommen die Kleinsten ganz groß raus und voll auf ihre Kosten. Mich hat alles gefallen und die Technik und Balancieren und Okobatik auch. In der Halle präsentieren die Abteilungen Badminton, Fußball, Tischtennis und Turnen ihre jeweiligen Sportarten auf neuartige, teils kuriose und immer mitreißende Art und Weise. Fast immer können die jungen Besucher dabei auch selbst aktiv werden. Wir suchen natürlich Mitglieder, wollen unsere Sportarten vorstellen und gerade nach Corona, die Kinder brauchen Bewegung. Und was Besseres gibt es gar nicht. Auch auf dem Sportplatz können die Kleinsten ihre sportlichen Fähigkeiten beim Dreikampf unter Beweis stellen. Sie sprinten auf der Tartanbahn über eine 50 Meter Strecke, werfen den Ball mit Schwung durch die Luft und machen einen mehr oder weniger großen Satz in die Weitsprunggrube. Doch das absolute Highlight des Tages ist der Schwebebalken. Hier ist die Freude unübertroffen. Die Kinder stellen sich super an, die haben viel Freude. Einige haben wir heute auch gelernt zum ersten Mal auf dem großen Balken zu balancieren. Wenn man so klein ist, ist es natürlich auch mit ein bisschen Angst verbunden, so weit oben zu balancieren. Aber die Kinder machen das wirklich super und scheinen auch ganz viel Spaß dabei zu haben. Flankiert werden die Mitmachangebote von einem bunten Bühnenprogramm, unter anderem mit der Tanzgruppe Reverse und den Wushu-Kämpfern der Budo-Abteilung. Schließlich bietet Kids aktiv für klein und groß die Möglichkeit, neue Sportarten zu entdecken, Räumlichkeiten des Vereins zu besichtigen und nicht zuletzt die Gemeinschaft kennenzulernen. Doch damit nicht genug. Bald heißt es, Ferienzeit ist Abenteuerzeit. In den Feriencamps des Sportclub Siemensstadt kann man jede Menge erleben. Ganz egal, ob man bereits ein talentierter Sportler oder noch auf der Suche nach der passenden Sportart ist. Der Verein hat für alle Kids zwischen 7 und 14 Jahren das passende Angebot in der Ferienzeit. Und Spaß ist garantiert und Toben bis zum Umfallen ist hier vorprogrammiert. Kids aktiv! Kids aktiv!